Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin pumped to the moon. Wir haben ein neues Higher High gebildet. Das werden wir uns auf jeden Fall gleich mal im Tagesschlusskurs ein bisschen genauer angucken. Wir sind knapp auf 25.000 US-Dollar gestiegen. Ohne Probleme, muss man ganz ehrlich zu sagen, unsere Longtrades laufen Bombe. Ich habe aber einen zugemacht, um welchen es geht, den werde ich euch jetzt gleich nochmal im Laufe des Videos Bescheid sagen. Aber ansonsten, es sieht momentan wirklich gut aus. Trotzdem gibt es ein, zwei Anhaltspunkte, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Ob uns möglicherweise sogar eine Korrektur droht in tiefere Gefilde. Oder ob wir jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt zu dem Mond und Richtung 30.000. Das werden wir uns im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, irgendwelche Trades oder sonstiges zu verpassen, kommt da gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. Gut, und damit genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir, wie gesagt, bei 24.729 US-Dollar. Wir haben hier einerseits mit einem 4-Stunden-Schlusskurs ein Higher High gebildet. Und da lohnt sich der Blick nochmal ganz kurz auf den Binance-Chart dazu. Mit Daily Close, wo ist der Daily Chart? Ja, so. Mit Daily Chart auch ein Higher High hingelegt. Zwar minimal nur, aber wir haben Higher High geschafft. Volumentechnisch muss man aber dazu sagen, okay, es war jetzt nicht der Burner, um zu sagen, dass wir hier jetzt ein impulsives Breakout nach oben hin gestartet haben. Klar, Volumen war top an sich mit dieser Candle. Aber um jetzt hier richtig von einem richtigen Breakout zu sprechen, müssen wir immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Denn wir haben immer noch einen signifikanten Widerstand und der liegt hier oben bei den 25.200 US-Dollar. Aber schaffen wir es hier drüber im Laufe des Tages, da könnte auch schon 4-Stunden-Close einfach reichen, dann sieht es extrem bullish aus. Dann können wir hier drüber und wir haben dann, ihr seht es hier drüben, ein riesiges Void, eine riesige Ineffizienz, die uns dann locker bis 27.900 oder knapp 28.000 US-Dollar mindestens bringen könnte. Nächstes Ziel liegt dann hier oben bei den 29.100 US-Dollar. Aber wie gesagt, volumentechnisch hätte man sich ein bisschen mehr wünschen können, meines Erachtens nach, auf dem Daily-Timeframe. Trotzdem natürlich eine sehr, sehr schöne, impulsive Kerze nach oben mit einem Higher High. Das spricht auf jeden Fall schon mal für Upside-Momentum. Jetzt gibt es aber noch mal ein größeres Aber. Da bleiben wir jetzt mal ganz kurz auf dem Binance-Chart. Und zwar, viele haben es schon gesehen, Higher High zwar im Chart, aber im RSI eben ein Lower High. Das heißt, wir haben hier eine Hidden Bearish Divergence, also müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe diesen Trade noch offen mit restlichen 25%, einfach nachdem drei Take-Profits erreicht wurden. Das heißt, BTC bleibt auf jeden Fall noch die 25% offen. Zu Ethereum werde ich gleich noch mal ein bisschen was genauer sagen. Es ist aber jetzt, um wieder in die kleineren Timeframes reinzukommen, noch kein Ding für mich jetzt hier irgendwie short zu gehen. Das Problem ist einfach, in solche Kerzen shortet man nicht rein. Das Volumen auch auf den kleineren Timeframes ist nicht überragend. Wir haben die Bearish Divergence hier aufgelöst. Wir haben den Downtrend gebrochen im RSI. Das heißt, hier gibt es noch keine Bearish Anzeichen, zumindest nicht auf dem 4-Stunden-Chart. Wir lunzen mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart, wie es da aussieht. Auch hier sehen wir noch einen schönen Wig hier hoch bis auf 24.900 US-Dollar. Das heißt, dieser könnte auf jeden Fall noch geholt werden. RSI natürlich deutlich übergekauft, ändert aber auch nichts daran, dass der RSI immer noch ein älterer Indikator ist. Und danach hätte es sich unbedingt gegangen werden sollte. Also ich sehe hier mindestens noch die 25.2 im Bereich des Möglichen bis hier hoch. Und dann werden wir sehen, reicht die Kraft im Laufe des Tages mit möglichen Arbeitslosenzahlen, die natürlich heute auch am Donnerstag rauskommen, für einen weiteren Pump nach oben. Dann, wie gesagt, 26.7, dann 28k sind dann die nächsten Steps. Jetzt ansonsten, Bearish Divergence, wenn sich diese möglicherweise ausbilden sollte, mit zumindest einem Rücksetzer hier in die Region um 22.800 US-Dollar. Wir blicken mal ganz kurz hier mit einem FIP-Level darauf zu. Schauen wir uns das an, das seht ihr auch. Okay, Golden Pocket würde hier auch perfekt mit dem Beginn des Pumps bei 22.800 US-Dollar starten. Wie gesagt, ich lasse die Position hier weiterhin noch offen, die 25%. Werde aber gegebenenfalls bei einem Retest hier unten irgendwo in die Region mit dem Golden Pocket auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, ob wir hier sogar nochmal die Position wieder ein bisschen erhöhen. Jetzt haben auch einige schon in der Gruppe was gesehen. Wartet mal, ich mache mal hier ganz kurz wieder auf den Daily-Time-Frame. Mit dem FIP-Level, was wir ja auch schon mal hatten, von dieser Abwärtsbewegung, ja doch, hat es gezogen, von dieser Abwärtsbewegung hier bis zu unserem Low, befinden wir uns jetzt auch dann hier in dem Bereich der 26.500 US-Dollar, auch im Bereich des Golden Pockets. Und das war eben der Bereich, wo wir darüber gesprochen haben, diese blaue Linie hier. Das sind jetzt die nächsten Widerstände einfach. Wir haben natürlich die 25.2 mit dem letzten Hoch. Danach haben wir erstmal überhaupt keinen Widerstand bis 25.9, 26.5. Das heißt, hier wäre der erste Step, wo ich gegebenenfalls bei einem Breakout dann überlegen würde, ob wir hier eine kleine Short-Position eröffnen. Aber dann haben wir immer noch, wie gesagt, dieses Void, was uns aufhalten könnte, beziehungsweise was uns einen Strich durch die Rechnung machen könnte, uns dann wirklich Richtung 29 oder 30k befördern könnte. Das heißt, kurzfristig spricht nichts für einen Short, bis auf diese Hidden Bearish Divergence, die wir im Blick behalten sollten. Auf den kleineren Timeframes, ein Stunden, vier Stunden Chart, noch keine Bearish Divergence. Volumen gibt es noch oben abzufischen. Das heißt, es spricht auch noch nichts hier dafür, erst einmal Short zu gehen. Und wir haben heute Nachmittag die Arbeitslosenzahlen, die auch noch auf uns zukommen. Das heißt, ich würde euch momentan einfach abraten, in irgendwelche Short-Positionen reinzubrettern. Das Risiko hier, liquidiert zu werden, ist viel zu groß und irgendjemand hat es in die Gruppe gepostet. Mal ganz kurz drüber lunzen, wer hat es gesagt, wer hat es gesagt. Long-Short-Ratio, Micha hat es geschrieben, ist bei fast 60% Short. Das heißt, überwiegend shorter und die kann man liquidieren, deswegen passt einfach ein bisschen drauf auf. Daily bin ich noch nicht so überzeugt von dem Breakout. Kleinere Timeframes sieht ganz gut aus, auch wenn das Volumen fehlt, aber Short ist momentan einfach nicht aktuell. Dann blicken wir rüber zu Ethereum. Hier muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe die Position erst einmal geschlossen. Warum? Weil wir hier einen perfekten Entry hatten. Den hatten wir auch bei Bitcoin, ist aber wurscht. Aber es geht ja auch darum, umso länger wir jetzt die Trades offen lassen, desto mehr Funding-Fees und Sonstiges wird ja irgendwann mal fällig. Das heißt, der Trade ist jetzt erst einmal geschlossen. Wir haben auch hier einen Higher High nicht auf Schlusskurs. Das war dann auch so ein Punkt, warum ich dann gesagt habe, okay, gefällt mir jetzt nicht wirklich so geil auf dem Daily-Timeframe. Wir schauen mal ganz kurz auf den 4-Stunden-Timeframe, da sieht man es auch. Also wir haben dieses High hier drüben nur angetestet. Wir haben es nicht überboten mit Schlusskurs. Deswegen habe ich jetzt die Position bei Ethereum erst einmal geschlossen. Wir warten jetzt erst einmal noch ein bisschen ab, wie es jetzt hier weitergeht. Auch hier möchte ich noch nicht Short gehen, auch wenn sich hier kein Higher High gebildet hat. Wir haben keine Bearish-Divergence, nichts auf dem 4-Stunden-Chart. Wir blicken ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart. Da seht ihr auch, dieses Volumen hier mit dieser Candle wird safe nochmal gefischt. Und da werden wir da mal ein bisschen Auge drauf werfen, ob wir hier gegebenenfalls Short gehen. Sollte sich bei Bitcoin hier die 25.2 dann, sag ich mal, bilden, dann wäre Ethereum momentan hier der Short angedacht. Das Problem an der ganzen Sache, wir müssen den Stop-Loss hier über die 1.760 US-Dollar legen. Das heißt, es ist ein 3% Risk. Und was ich da auch gemeldet habe, wir haben ja hier diesen Riesenbereich mit dem WIC eben noch, hier vom 13. September. Also es ist extrem risikoreich. Und ich habe es in den letzten Videos immer wieder zu euch gesagt, ich werde keine Limit-Orders posten. Ich werde Bescheid geben, wenn ich in diese Position reingehe. Deswegen nehmt es einfach mal so ein bisschen hin, was ich hier sage mit möglichen Short-Szenarien. Aber ich gebe Bescheid, wenn ich da reingehe. Das war auch gestern so, wo Bitcoin dann in Richtung Golden Pocket ist, überlegt. Auch bei Ethereum, überlegt. Aber da war viel, viel zu viel Impulsivität dabei. Auf dem 1-Stunden-Chart, auf dem 4-Stunden-Chart. Das heißt, da gehen wir nicht in irgendwelche Positionen rein. Und vor allem nicht in Limit-Position. Weil man nie weiß, was das für ein Move wird. Ich kann dir jetzt auch sagen, ey, komm, hier oben geiles Short-Szenario bei 1.760. Was machen wir oder was machst du, wenn wir da oben impulsiv durchbrechen mit einer fetten Candle oder irgendeiner News-Candle, die dann plötzlich kommt? Ja, dann sind wir am Arsch. Dann ist unser Stop-Loss gehittet, bringt uns momentan in der Marktphase nichts. Und da finde ich das Risiko momentan einfach zu hoch, weil die Schwankungen kurzfristig einfach zu hoch sind. Deswegen, wir warten jetzt mal hier ab. Grundsätzlich hier die 1.712, dieses High, was wir hier gebildet haben, sehr, sehr verlockend aufgrund der Liquidität. Aber die Liquidität muss dann auch aus dem Markt gehen. Das heißt, viel, viel weniger Liquidität mit diesem neuen Hoch gebildet werden. Und darauf werden wir achten. Da werde ich euch dann jedenfalls in der Telegram-Gruppe Bescheid geben. Gut, dann heute Abend, 19 Uhr, wenn ich es zeitlich schaffe und mir gesundheitlich gut geht, dann auf jeden Fall Livestream. Und dann kommen wir noch ganz kurz zu den News. China könnte ein Katalysator für den Kryptomarkt im Jahr 2023 sein. Jo, bin ich auf jeden Fall vollends dabei. Schauen wir uns mal an, was das Jahr so bringt. Aber ich bin da auch vollends dabei. Wenn euch der Artikel interessiert, gerne bei CryptoGuru vorbeischauen oder wie gesagt in der Telegram-Gruppe. Das sind die Artikel immer sehr, sehr aktuell. Und dann würde ich sagen, hören wir uns heute Abend wahrscheinlich wieder. Ich weiß es noch nicht ganz, kann es nicht versprechen. Aber dann wahrscheinlich heute Abend. Gerne dem Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die Telegram-Gruppen reinscheuen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Bis später. Und wie immer, stay crypto.